Blake Lively strahlt in New York mit der Sonne um die Wette. Bei dem Event der Kinderbekleidungsmarke Cat & Jack hat die schwangere Schauspielerin auch gleich ihre halbe Familie im Schlepptau. Mit dabei hat sie nämlich einige ihrer Nichten und Neffen. Für die Kinder bestimmt besonders toll, denn die Kids dürfen die Kleidung auch fleißig nach eigenen Wünschen gestalten. Ob die 28-Jährige das wohl auch ihre eigenen Kinder machen lassen würde? Bei ihrer lockeren Einstellung im Umgang mit Mode glauben wir das sofort. Wir wollen, dass sich die Kids ausprobieren. Das hat uns auch meine Mutter immer so vermittelt. Sowas wie Modesinken gab es bei uns nicht. Wenn jemand etwas wild ausgesehen hat, haben wir das eher gefeiert. Ja, da brauchen wir uns also wirklich keine Sorgen machen, dass die Kinder von Blake und Ryan Reynolds zu verzogenen Modepüppchen werden. Das Paar hat bereits ein gemeinsames Kind, Töchterchen James. Wann das zweite Kind zur Welt kommt, ist noch nicht raus. Doch bei dieser XXL-Kugel kann es nicht mehr lange dauern. Und bis es soweit ist, leiht sich die schöne Blondine für wichtige Events eben mal ihre Nichten und Neffen aus.